Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Hex It. Mit dabei wieder die Nanny Meets, ich grüße dich noch einmal. Hallo. Und nachdem wir ein bisschen aufgehört haben, hat die Nanny Meets noch ein bisschen weiter rumgebaut. Ich habe gehört, eine Menge ist in die Luft geflogen und es wurde wieder aufgebaut. Das ist das typische eigentlich. Bauen wir auf und reißen nieder, haben wir Arbeit immer wieder. Na, gucken wir mal, was du noch so gemacht hast. Hier unten sehe ich Glas. Und die Treppe ist anders, die ist löchrig. Ja. Und ich muss mal kurz was gucken. So, dass ich auch schön sehe, dass das hier aufnimmt alles. Das ist sonst irgendwie so ein bisschen, naja, wie nennt man das? Unangenehm. So, hier hat sich einiges getan. Hier hast du eine schöne Sitzbank. Oh. Mit Klicktisch. Der Wasserfall ist oben drüber. Wie schon angekündigt. Wahnsinn. Und, wir haben hier Betten. Richtig. Einfach unglaublich. Welches Bett ist deins? Das obere. Nachdem ich dann gestern schon zweimal drin gestorben bin, ist das obere mein. Okay, sehr gut. Dann werde ich in dem unteren wahrscheinlich sterben. Nee, im unteren eben nicht. Ich bin oben ständig gestorben, deswegen ist die Decke so hoch. Ah, okay. Es kommt auf den Versuch an, ansonsten muss ich es höher wahren. Ich kann nur in der Nacht schlafen. Na gut, dann probieren wir das später aus. Als ich es gestern probiert habe, ging es gut. Okay. Dann habe ich noch ein bisschen angepflanzt. Sehr nett hier. Cool. Cool. Ich habe auch neun Samen gefunden. Einmal hier hinten in der Ecke. Einen was? Samen. Okay, was... Pflanzensamen. Okay. Was wächst da für eine Pflanzer? Ähm, das da hinten dürfte B-irgendwas. B-irgendwas, okay. Barley Seat. Barley. Hö, hö. Ähm. Dann sind dazwischen... Dieses dicke hier. Ist... Sun. Green. Und... Das ist dann für die Chocobos. Ja, ich habe mir gestern mal die Mockliste von Hexet angeguckt. Da sind extrem viele Mobs dabei. Und unter anderem halt auch ein Chocobo. Und ein Mini-Chocobo. Ja, die Chocobos sind voll toll. Kann man die auch retten? Wäre blöd, wenn nicht. Ja. Cool. Das tollste Chocobos ist Gold, ne? Weil das kann auch fliegen. Ach. Ähm. Und dann ist hier auch dieses, ähm... Nein, ist das toll. Hanf. Ne, hat er einen bestimmten Namen. Lavendel. Ah ja, Cotton. Cotton. Ach so. Okay, ja. Baumwolle. Ähm. Genau. Ah. Hat mir eingefallen. Habe ich da schon mal einen und dann habe ich noch ein paar gefunden. Alles so ein bisschen eingepflanzt, was ging. Ich glaube, ich sehe auch, wo du überall rumgereist bist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist eine abgehackte Stückchen Welt. Was zur Hölle. Ach, und ich habe Schafe gefunden. Ehrlich? Wo waren die? Ja. Äh, ich habe es markiert. Auf der ersten Insel. Auf der allerersten Insel, wo wir gesponnt sind. Auf der Insel war es scharfer. Ach so. Daher auch die Betten, ja. Also es ist nichts gecheatet hier, sondern von diesen Schafen. Nett. Kann ich auch gerne hinbringen. Wie gesagt, ich habe mein Waypoint. Was ist hier? Ist hier unten eine Burg oder sowas? Unter uns? Unter uns, genau südlich von unserer Insel. Jung, jung, jung. Oh ja, sieht so aus. Das müssen wir dann gleich mal irgendwann demnächst erkunden gehen. Wenn wir ausgerüstet sind, so ein bisschen mit Rüstung wäre gut. Jo. Finde ich auch gut. Sonst schneller, gnadenloser Tod und so. Ja. Oh. Rebe ich jetzt nicht so an. Timer vergessen mal wieder. Ich bin echt clever. So. Back to game. Aber wir schaffen ja eh nicht die Viertelstunde. Von daher ist das eigentlich egal. Ja, es wird wahrscheinlich sowieso wieder eine halbe, dreiviertel Stunde und dann wird gecuttet. So. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen gucken hier. Ich bin ja immer noch für Eisenrüstung. Auch? Dann würde ich sagen... Ähm. Gehen wir in die Höhlen. Genau. Auf in eine Mine. Hast du schon irgendwo eine tolle Mine gefunden? Ähm. Ja. Ich habe einen Dungeon gefunden gestern noch. Ausgezeichnet. Und da bin ich mit Absicht nicht reingegangen. Ich habe es markiert. Das sehe ich leider nicht, aber macht nichts. Ich sehe. Da sind fünf Fackeln im Kreuz dort. Es ist nicht zu übersehen. Okay. Wo bist du jetzt lang? Da unten. Ich sollte nicht so viel rumgucken. Okay. Ein bisschen Schwertchen habe ich noch. Zwei Steinspitzhacken habe ich. Nehmen Sie was zu essen mit? Ich habe sechs Fleisch. Da habe ich noch Fleisch dabei. Ja. Ein bisschen Cobblestone. Ähm. Fackeln wären toll. Ähm. Kohle ist hier drüben mit drin. Ich habe hier noch fünf Kohle gerade aus dem Ofen geholt. Oh, da ist noch Fleisch. Ah, cool. So. Ich dachte, ich halte mich dann auch ein bisschen an deiner Vorsortiererei mit den Schildern und so. Ach, naja. Okay. Ja. Das ist gut. Jetzt brauche ich Stöcker. Haben wir noch irgendwo Stöcker? Stöcker, 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 Stöcker. Ähm. Hier hinten ist die Holzküste. Ach ja. Ich habe hier Holz und Bau. Die angelegt hast. Natürlich. Aber Stöcke sind keine drin. Die sind ja schnell gebaut. Die sind ja schnell gebaut. So. Das wird ja erstmal reichen. Wäre, glaube ich, auch gut, wenn du dir ein bisschen Erde mitnimmst, dass wir uns zur Not hochbauen können. So ist der Plan. So. Ich nehme noch ein paar Stöcker extra mit. Kommt her. Noch 31 Stöcker. Das sind die Notstöcker. Sehr gut. Ähm. Kohle lasse ich hier. Ich habe jetzt anderthalb Stack an Fackeln. Ich kann dir welche abgeben. Ich. Ja, ein bisschen. 30 habe ich auch. Jetzt habe ich sie natürlich wieder eingesammelt. Nee. Hast du. Nee, ich habe welche. So. Dankeschön. Okay. Na ja, doch. Ein paar Kabelstall kann man ruhig mitnehmen. Nimm Erde. Wir haben mehr Erde als Kabel. Okay. Ja. Oh. Oh ja. Erde lässt sich auch schneller wieder abhauen. Na, das stimmt. Okay. Schwert. Zwei Spitzhacken. Jo. Sounds good. Ähm. Die Eisenspitzhacken, falls wir Diamant finden. Und eine Crafting Table kann man auch immer mal gebrauchen. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du bist aber nicht pink. Nö. Ich bin ja pick. Ich bin bereit. 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 Du brauchst nicht runterbauen. Da geht Wasser runter. Ja, aber da komme ich ja nie wieder hoch. Ach so. Ja. Ja. Und dann klinge gerade mein Telefon. Ich bin bereit. Oh nein, ich bin gleich wieder da. Okay. Grüß dich. Hi. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Aber macht nichts. Dir auch ein gesundes Neues. Natürlich. Ja, Systemadministration halt. Warte mal. Ich versuche mich mal irgendwie einzuklemmen. Ja, damit ich ein bisschen weiter spielen kann nebenbei. So. Das machen wir auch, ja. Das kannst du auch. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall musst du dich dann bei dem aktuellen Anbieter, musst du dich melden. Und dann sagen, ja, ich möchte die Domain umziehen. Und dann kriegst du einen Outcode. Nennt sich das. Also einen Autorisierungscode. Und den gibst du dann einfach unserer Kundenbetreuung. Und dann macht die den Rest für dich. Mit diesem Outcode. Kann ich dir gar nicht sagen. Das kannst du bei uns aber nachgucken. Auf der Internetseite. Das mache ich dir. Jo. Und zurück kannst du auch einfach mal bei uns in der Kundenbetreuung anrufen. Ist ja kostenlos. Und fragst die einfach mal. Mach ich. Das ist wohl wahr. Das gleiche Problem hat der Red ja auch mal gehabt. Mit seinem Forum irgendwie. Dass da jemand anderen gehört hat. Und jetzt ist es aber seins. Ich spiele gerade Hexit. Also Minecraft Modpack ist das. Das ist sehr, sehr bon forzineus. Gibt es viele tolle Sachen, die man machen kann. Jo. Guck dir dann einfach das LP an. So, ab Folge 4 ist es dann auch wirklich Hexit. Natural Selection. Äh, warte mal. Wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast, kann ich dich mal live mit in die Aufnahme schalten. Wenn du gerne möchtest. Du hast doch genug Freiminuten. Sehr gut. Dann schalte ich dich jetzt gleich mal live dazu. Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Äh, wie geht denn das überhaupt? Das ist schön. So, warte mal. Ich hoffe, du bist laut genug. Hallo? Ah, man hört dich. Ähm. Wunderbar. Ja, ich kann jetzt... Nani, du kannst leider nicht mit ihm sprechen. Weil ich hab dich ja übers Headset. Und wenn ich jetzt das auf normale Boxen schalte, dann ist das... Wird es zu laut? Dann gibt es Rückkopplung, das ist nicht gut. Das tut mir jetzt ganz ehrlich leid für dich. Aber Ulf, erzähl doch... Äh, Ulf, sag ich schon. Meine Fresse. Ich hab viel zu viel zu tun mit dem Kerl. Blacker King. Äh, heißt... Sag doch erstmal, wer du bist hier. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Ähm, ich bin mit einem... Äh, rips. Ich bin ein Mitglied in der SNES Projects. Äh, ja, Unternehmen, äh, Forum, wie auch immer. Und organisiere da hin und wieder ein paar Treffen in Leipzig. Beziehungsweise bin auch selber hin und wieder seltener als Übersetzer tätig. Cool. Ja, das gilt auch so. Ja, sehr gut. Und du hast mir gerade einen Vorschlag gemacht für ein neues Projekt eventuell. Ja, es gibt einen hübschen Multiplayer, ähm, für... Bei Steam, das nennt sich Natural Selection Teil 2. Der erste war ein Mod für Half-Life 1. Ähm, ist auch recht populär geworden. War kostenlos. Und davon gibt es jetzt Teil 2. Der ist kein Mod mehr, sondern ein eigenständiges Spiel, wo die Marines gegen die Aliens kämpfen müssen. Äh, Unterschied zu anderen Multiplayerern wie Call of Duty oder dergleichen. Äh, es ist wirklich Team-Spiel. Wenn man nicht im Team spielt, hat man schon verloren, bevor man anfängt. Und es gibt in jedem Team einen sogenannten Commander, der ein Realtime-Strategy-Spiel quasi spielt. Nur, dass seine Bauarbeiter und seine Angreifer nicht KI-gestört sind, sondern echte Menschen sind. Das heißt, hier ist nochmal ein ganz großes, äh, dickes Plus bei Team-Spiel angesetzt. Wenn da das Team nicht zusammenarbeitet, äh, ist auch wieder hier das Scheidern vorprogrammiert. Okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Und das kostet jetzt gerade, äh, relativ günstig. Äh, kostet relativ günstig, ja. Weißt du Bescheid, ne? Äh, es kostet uns, glaub ich, um die 20 Euro. Und im Moment kriegst du das für 2,69 Euro bei Steam quasi hinterhergeworfen. Aber nur noch heute und ich glaube auch noch bis Mittag oder so. Ja, und ich werd das, glaub ich, jetzt gleich mal dann kaufen, wenn wir hier mit der einen Aufnahme fertig sind. Also ich hab den ersten Teil schon gespielt, der war richtig cool. Da waren die, äh, die Aliens, ähm, etwas autonomer. Die hatten damals noch keinen Commander. Das hat sich jetzt geändert. Dazu gibt's jetzt, äh, also die Bienenquoten etwas angeglichen. Ich muss auch im, ähm, bei den Aliens einen Commander geben. Dafür sind die Commander, was im Bau von, äh, von, äh, wie kleine Strukturen, die Vorteile bringen, wie eine Selbstschutzanlage oder, oder, äh, Erweiterungsmodule und was weiß ich nicht alles, sind jetzt, äh, über KI-gesteuerte Einheiten aufbaubar. Aber das ist nicht so effektiv, als wenn das ein echter Mensch macht. Ah, ich hab noch einen Gegner. Okay. Hm, warte mal, so, boah. Ja, Franz, dann werde ich mir das Spiel wahrscheinlich nachher mal kaufen. Wir können das dann mal zusammen anstatten, demnächst. Ja, heute Nachmittagabend auf alle Fälle. Ja, da bin ich leider auf Arbeit. Super. Ähm, dann, an, an, an einem Wochenende vielleicht hätten wir zusammen Zeit, nehme ich mal an. Ja, gerne doch. Ich hab jetzt, ich hab jetzt diese Woche noch, äh, AK heute. Ja, heute ist ja Freitag. Und nächste Woche hab ich Spätschicht, da bin ich nur bis um, kurz vor drei zu Hause. Äh, wie, äh, wie lange bist du heute noch immer? Ich bin, heute bis kurz vor drei zu Hause. Naja, ich müsste so ab um 1.50 Zeit haben, wenn ich dann noch Lust und Zeit habe. Muss ich mal sehen, wie lange ich hier noch mit, mit Nanni zusammen, meinen Kraft, Kraft da. Braucht ihr was Sinnvolles, oder fliegt ihr noch umher und guckt euch die Welt an? Äh, 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 ich bin über das Endprodukt, oder die Endprodukte sehr gespannt. Na, ich erst. Also, äh, Franz, dann, ich verabschiede mich erst mal von dir. Gibt, ja. Und, äh, ich freue mich darüber, dass du Gast sein durftest, ja, in der Aufnahme. Danke, danke. Dann, mach's gut. Gut, mach's mal so. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. Witzig. Huch, weg ist er. Boah, hat er meine Handynummer? Hab ich... Ach, nee, er hat mich mal besucht und da hab ich ihm natürlich meine Handynummer gegeben. Natürlich. So, bist du jetzt... Du bist schon weitergerannt, nehme ich mal stark an. Ja, aber nicht zu dem Dungeon. Also, ich gucke jetzt eigentlich so an sich die Höhle in sich an. Ach so, ich bin hier direkt einfach mal den, den, den Wasserfall runter. Ich hab noch einen anderen Weg gefunden. Ich bleib erstmal hier unten. Ich muss mir mal irgendwie den Wasserfall ja markieren. Mach ich denn das? Mit Fackeln, bum, bum, ganz viele Fackeln ringsherum gepaht. Wenn man nicht weiß, das ist er. So, und los geht's. Hopp. Ich hab auch schon Eisen gefunden. Und das hab ich sogar, weil ich jetzt ja Zeit hatte, das schon zu Eisen-Dingens gebumst. Bremst. Ooh, so wie ein Dungeon. Da unten ist noch eins. Ich komm mal eben. Redstone! Sind wir schon so tief? 18. Also, ich bin 18. Ich bin auf Ebene 15. Höhe 18. Und Lava. Aber Redstone hab ich auch schon. Ich hab auch schon Lava. Oh, ich hab einen anderen Weg zum Dungeon gefunden. Auch schon. Trischig. So, man geht jetzt hier die Lava endlich weg. Dass sie so lange braucht, bis sie weg ist, die Lava. Mann, Mann. Ich baue die prinzipiell voll ein. Ich baue halt das, was ich dann nicht brauche, wieder weg. Ich höre Zombies. Oh. Na gut, okay. Unter Tage in Zombiehahn ist nicht so schwer. Oh, da ist er ja. Ich will deinen Namen hüpfen. Mit der Macht von Grace, Karl. Hab ich dir den Kopf abgehauen? Da gerade deinen Namen hüpfen. Und dann ist er irgendwie wieder weg. Okay. Hm. Na gut, ich geh aber erstmal Cola abbauen. Oh, ganz viel Cola. Und wie es so ist, ist die Cola natürlich direkt über mir. Damit dann auch ganz viele böse Sachen auch direkt auf mich drauf fallen können. Am besten Giftspinnen. Oder ein Creeper. Das ist dann was fies. Ich bin ja dann noch so ein bisschen auf der Welt rumgelaufen und dachte mir, oh, da ist aber hell. Ist es irgendeine Höhle, in der wir schon waren? Ne, ups, es war ein Lava-Loch. Perfekt. Hm. Ich bin natürlich reingefallen. Ja, es lohnt sich ja sonst doch gar nicht. Tja. Schade. Nix weiter Eisen hier. Spinnenweben. Toll. Oh, mitnehmen. Sechs. Wolle und so. Das ist der Plan. Ich habe immer Angst, wenn ich nach oben baue, dass da wirklich irgendwas runterfällt. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann mich ja nicht ringsherum bauen. Och ne, nicht echt, oder? Eine Spinne. Zwei Spinnen. Au. Da ist ein Dungeon. Da könnten noch mehr Spinnen. Ja, es ist aber keine Giftspinne. Sonst sind... Nein. Die normalen gibt es da manchmal auch. Ne, das ist eine Giftspinne. So. Cool. Oh, ein Herz. Das ist ja toll. Die Spinne hat tatsächlich ein Herz verloren. Ich bin ein Zombie. Ich bin blöd. Oh. Mein Eisenschwerter ist fast kaputt. Ist ja nix gut. Meine Herren. Hier ist tatsächlich ein Spawner. Jetzt doch schon in einen Dungeon reingegangen, oder? Entscheint. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ich bin doch überhaupt nicht gerüstet. Nein, geh weg. Ich glaube, ich sterbe gleich. Mal so rein informativ. Okay. Ich versuche zu dir zu kommen. Ja, ich sterbe gleich. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt wieder rauskomme. Gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich renne gerade die ganze Zeit nur vor einer fliegenden Sichel weg. Einer fliegenden Sichel? Ja. Und sie will mich töten. Komm her. Ja, genau. Wo bist du? Ich glaube, die hätte ich kaputt gehauen, oder? Wieso? Ja. Ich schreibe mich aber gerade, warum ich Barbinger? Warum ich jetzt wieder hier oben spawne? Ich bin nicht im Bett gespawnt. Oh mein Gott! Ich hätte doch wieder Kreuz anstehen. Was war denn das? Ich bin auch gestorben. Oh Mann! Spectral Miner hat mich getötet. Was ist das? Blöder Arschgegner. Oh! Die gab es da? Hi. Hi. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier so quer durch. Dann kann ich aber zeigen, wo die Schafe waren. Ja, bitte. Oh Mann! Das ist ja blöd. Wieso habe ich außerdem nur vier Hunger? Oh, schon wieder Hunger. Guck mal, ein Vogel. Dürfte ein Adler sein. Du hast schon mal ein Schaf. Und die anderen sind da drüben. Ach, guck an. Die sind bestimmt gespawnt durch den Hexed-Mod, der jetzt auch funktioniert. Möglich. Aber wir sind vorhin, oder... Ne, vorhin ist falsch gesagt. Bei der letzten Aufnahme, wo wir den effektiv versucht haben, nicht da lang gelaufen. Hm. 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 Das war jetzt echt ein Griff ins Klo, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weißt du, dass wir jetzt da unten gestorben sind? Jupp. Ich hoffe, dass unsere Items noch da sind und dass der Gegner diesbohrend ist. Ähm. Hm. Ich hatte schon mal mit so einem zu tun. Die sind fies. Ja, der vor allem... Ich habe auf den Eingauern, wie blöd. Und der hat dann mein Schwert einfach kaputt gemacht. Mein Schwert ist dabei kaputt gegangen. Und ich hatte das Gefühl, als ich den geschlagen habe, dass dem nichts passiert ist. Ja, weil er unsichtbar war. Leider. Also hier, eine Schafe. Und eine Huhn. So. Guck, 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 guck. Dann müssen wir hier quer drücken. Jo. Na dann. Wie gesagt, ich hatte den Weg gestern häufiger. Ich habe auch gesehen, du bist einmal verbrannt. Ja, das war die Lava. Ach ja, stimmt. Lava-Lock. So sagt es ja Lava. Ich habe es im Server-Lock gesehen und habe mir nur gedacht, ah. Es war warm. Sehr schön. Ich habe gerade ein Ei nach mir geschockt. Ja, da kam vier Hühnchen raus. Schön. Dann dann mal weg. Sehr interessant. Wahnsinn. Oh, da kann ich gleich mal an den Kuhbunker gucken, ob die Kühle noch drin sind. Gestern waren sie noch drin. Dann werden die jetzt auch noch drin sein. Doin, 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 doin. Mann. Hm, hm. Ah, ich kann nicht mal mehr rennen, aber es doch. Ein bisschen kann ich noch rennen. Oh, ein Schwein. Bevor ich sterbe, esse ich lieber noch ein rohes Schwein. Das bringt ja fast gar nichts an Hunger, das Schwein. Also ein rohes. Weil es roh ist. Ja. Voll blöd. Aber okay. Ui. Ups. Ach. Habe ich jetzt tatsächlich Lehm gefunden? Das werden wir noch gleich mal checken. Tatsache, ich habe Lehm gefunden. Nip, 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 Lehm. Also das mit der Minimap ist total cool mit den Waypoints. Okay. Lass mich ja durch. Wir können einen Blumentopf machen. Ich habe vier Lehm. Naja, muss ja noch gebrannt werden. Ja. Ja, wir können das probieren. Wo bist du jetzt eigentlich abgefliegen? Ich stehe dich irgendwie nicht. Ich bin... Ach, keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe... Äh, hast du einen Wegpunkt zum Zuhause gesetzt? Naja, aber nachdem ich gestern gefühlte 20 Mal dahin wieder zurückrennen muss... Du findest schon blind dorthin. Ja. Okay. Das ist sehr gut. Ich würde da nie blind hinfinden. Ich würde ja... Ach, dort bist du. Ohne die Minimap vor allem werde ich hier ziellos durch die Gegend... Skelett. Du rennst aber richtig. Ich habe ja auch einen Wegpunkt. Ach ja. Oh. Ach ja. Ein Gewitter. Jetzt mal... Äh, Sound. Autsch. Blödes Popo-Skelett, ja. So. Ach so. Ja, jetzt ist die ganze Cola auf die verdammte Axt. Eben, es ist jetzt alles weg. Wir müssen definitiv runter. Okay. Cobblestone ist irgendwo hier drin gewesen. Na, hier drin. Okay. 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 Aber da unten muss definitiv ein Dungeon sein, sonst wäre dann ein größeres. Geil im Po. In der Hand. Ähm. Okay. Ein Chicken. Zwei Chicken. Ähm. Los, komm, mach schneller hier, du blödes Huhn. Ich habe noch Essen in der Kiste. Ich habe... Ne, ich... Ich wollte es nur gerade mal machen. Ähm. Okay. Also. Ein Schwert für dich, ein Schwert für mich. Danke. Dann noch so ein Ding hier. Huch. Ups. Backe. Ja. Entschuldigung. Bitte Höhen. Eine Stöcke mit aufgenommen. Das macht nichts. Dann musst du halt weiter bauen. Hö, hö. Gut, wir haben eine Picke und wir haben... Na, verdammte Axte. Ich sag doch, ich schmeiß die Dinger mal weg. So. Jetzt will ich meine Items bitte wieder haben. Das war ein komisches Geräusch. Das war bestimmt meine Nase. Ne, ne, es war ein In-Sound. Äh, ein In-Sound. Hm. Ein bisschen Dirt mitgenommen. So, okay. Und jetzt... Ich krall mir den Türen, das ist mir vollkommen schnurz. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich langgelaufen bin. Ich weiß, wohin. Ach, scheiße. Ich hab nur zwei Hühn dabei. Hm. Aber wir werden wahrscheinlich so viel... Wenn nicht, dann haben wir dort ja noch... So. Okay. Komm her. Du Fie. Ich werde dich kaputt hauen. Ah ja. Jawas, einmal direkt nach unten. Ach nee, du hast ja einen anderen Einten. Eingang, oder? Kann auch hier einfach direkt nach unten. Da hin, genau. Ne, also ich hab mich nicht lang. Hier ist nämlich noch Eisen. Doch. Weiter. Da liegen noch Sachen von... Wir haben einen Grabstein. Und dann können wir ja immer noch tauschen. So, so viel wie möglich. L-O-M-Pick-Hund, L-O-M-Pick-Hund. Den nehm ich mit. Ich glaub, der Name verschwindet dann. Das ist egal. So, da. Noch ein bisschen hier das andere Zeug grieven. Hä? Hattest du auch ein Eisenschwert? Ja, hatte ich. Oh, dann ist das deins. Der Okum ist deiner. Jo. So. Ähm. Ich hab hier auch noch ne Schaukel und ne Axt. Ich hab hier ne Eisenachs. Das müsste auch deine sein. Okay, wir können das Ganze ja danach nochmal auswerten. Ich will jetzt erstmal noch das ganze Krams hier mitnehmen. Ja, du hattest Gold, genau. Nämlich, ähm, was, was man mit Gold machen kann. Und jeder. Gold, genau. Keine Ahnung jetzt, wie die Teile heißen, aber man kann sich Schuhe machen. Fein! Creepy! Oh. Ich kann mir fahr nicht, dass ich mich in Glava schütze. Ähm. Kann sich Schuhe machen, mit denen es keinen Fallschaden mehr gibt. Oh. Wahnsinn. So, okay. Erstmal hier genug ausgeleuchtet, glaube ich. Da noch was hin. Oh, oh. Also, das ist hier relativ groß schon mal, möchte ich so anmerken. Aktiv ist gut. Vergleichsweise sehr groß sogar. Okay, Kohle. Ne, 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 ne. Die Eisenachs, die werde ich, Eisenachs, sag ich schon. Die Eisenspitzhacke werde ich jetzt noch nicht verschwinden. Wenn da auch gerade nur Stein. Okay. Oh. Oh. Nett. Juuuut. Wenigstens haben wir unsere Items wieder. Ja. Da, Dungeon. 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 Ach. Sag an. Tatsächlich Diamanten gefunden. Oh. Okay, ich hole mir die Diamanten und dann gehe ich wieder zurück nach oben. Ich habe das Dungeon gefunden. Direkt über dir. Also, dieser, nicht die... ...Kiste. Ups. Hi. Kommt die irgendwo. Oh, und Lapislazuli. Kann man mit denen auch was machen inzwischen? Ich habe dann ein Dungeon gefunden. Ja. Auch schon so ein bisschen. Ja, relativ viel Eisen ist jetzt doch abgestaubt. Gold, wo ist jetzt hier der Eisen hin? Da. 46 Eisen, das klingt cool. Ich finde hier nicht mehr raus. Oh, hier ist noch mal. Ah. Bist du hier zufällig nach oben gegangen? Ne. Weil hier ist nämlich das Bono. Irgendwie oben. Genau hier ist nämlich dieser Sporno. Ich bringe gerade immer tiefer in das Dungeon ein. Das Problem ist, in solchen Teilen verlaufe ich mich prinzipiell. Wie macht man jetzt am besten so einen Spawner kaputt? Ich habe gerade mit dem Messerchen drauf, aber ich sehe auch nicht, dass da irgendwas passiert. Doch, es geht langsamer, aber es geht. Gleich müsste er kaputt sein. Ja. Ich habe es geschafft. Juhu. Okay, Checker. Ach, ich sehe deinen Namen wieder. Komm her, du blöde Arschloch. Spiller. Ich werde dir so tot machen. Ja. Oh, ich sehe auch deinen Namen. Nein. Ein Skelett. Stops, 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 stops. Du hast es kaputt gehauen. Und du hast ein Level ab. Ich habe es genau gehört. Das ist unglaublich. Ein Minecraft mit einer Truhe drin. Ausräumen und mitnehmen. Brot und Samen, aber die passen nicht mehr rein. Autsch. Au. Oh mein Gott, hier ist wieder so eine riesengroße Ebene. Warte mal, ich baue mich hier erstmal ein bisschen zu. Ich habe hier Schiss. Wie schaut es denn bei der Zeit aus? Wir sind eigentlich mit dem Part durch. Aber. Hm. Eigentlich wollte ich erst wieder hochgehen und dann unterbrechen. Aber irgendwie ist es gerade so spannend hier drin. Unterbrechen wir einfach jetzt nochmal den Part. Und sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut. Bis dahin. Gleich sage ich schon. Im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und tschau. 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 Tschau.